Okay, gut. Das ist umgefallen, das Teil. Konnte ich nicht mehr mit interagieren. Äh, jetzt haben wir... Warte mal, das Shirt hatten wir, ne? Jetzt haben wir das gewaschen. Was war der... Hier. Achso. Das gelbe Shirt. Und da steht eine Zahl drauf geschrieben. Was war das nochmal? Die 2839. Und wir hatten noch den Tresor. 2839. Da ist der Tresor. Die 2839. Und damit ist auch dieser Tresor offen. Und ich habe den Schlüssel für den Pausenraum im ersten Stockwerk. Okay. Noch was drin? Ne, nicht. Ich speichere lieber nochmal. Ich hab Angst. Da kommt doch bestimmt noch was. Gut, der Pausenraum im ersten Stockwerk. Dazu müsst ihr wissen, in Japan ist es immer so, dass der erste Stockwerk das Erdgeschoss ist. Also ich bin schon im Erdgeschoss. Deshalb, ich muss jetzt hier irgendwo was öffnen. Steht da noch irgendwas? Wo ist der Schlüssel? Ne, das ist hier der Schlüssel für das erste Pausenraum im ersten Stockwerk. Gut. Wo ist der? Muss ich jetzt alle Türen abtasten, oder? Das öffnet sich schon mal nicht. Teste jetzt einfach mal. Hallo? War das falsch? Wo ist es? Da. Ne, da komme ich nicht rein. Gut. Hier oben vielleicht. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Ich weiß nämlich nicht, wo ich den benutzen will. Ich hab das noch nicht wirklich vorgespielt. Großartig. Ich hab einmal kurz reingeguckt. Reingespult. In YouTube-Videos aber nicht viel gesehen. Außer, dass man hier Rätsel lösen kann. Mach ich irgendwas falsch? Ich muss nochmal hier gucken. Wo geht die falschen Tasten? Ne. Nicht zu öffnen. Muss eine andere Tür sein. Das ist das Bad gewesen, oder? Ja, tatsächlich. Dann haben wir ja nur noch eine Tür, oder? Die hier. Die ist auch verschlossen. Jetzt bitte pass. Pass, Schlüssel, pass. Okay, und damit haben wir die Tür geöffnet. Okay, tief Luft holen. Und dann gehen wir rein. Das. Zack. Okay. Was haben wir denn hier? Das gleich hässliche Bild. Ey, das ist wirklich hässlich. Hier ist wieder Papierabfall drin. Hier sind Kleidungsstücke eingelagert. Genauso wie hier auch. Damit haben wir... Was ist das? Ein Eisenrohr. Schön, ein Eisenrohr. Kann ich hier was verschieben? Irgendwas angucken? Betrachten? Berühren? Berühr doch mal die Stuhllehne. Ne, guck mal. Sie kann auch von hier... Kann sie nicht weitergehen. Hübsch. Ähm, ja. Hier scheint Wasser rauszukommen. Na, super. Brauche ich nicht. Jetzt habe ich ein Eisenrohr. Was mache ich mit einem Eisenrohr? Kann ich das tot schlagen hier, das Ding? Obwohl es nicht zu leben scheint? Komm, schlag rauf. Geht das? Ne, passiert nichts. Kann ich hier die Wasch... Ich will die Waschmaschine kaputt schlagen. Den Eisenschrank. Ich glaube, es lohnt sich nicht, hier alles kaputt zu schlagen, oder? Ne. Hm, 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 hm. Fängt der schon super an jetzt? Tür aufschlagen. Komm, mit Gewalt geht doch alles. Anscheinend nicht. Hier, kaputt schlagen. Spiegel kaputt schlagen. Nicht. Was soll ich denn jetzt kaputt schlagen? Was wollen die von mir? Käse kaputt schlagen. Ich kann ja auch nur... Warte mal. Äh, Telefon, Digitalkamera, Salat, Öl, Eisenstange und Verlängerungskabel. Kann ich nicht einfach mit dem Eisen... Den Eisenstab mit Salatöl einreiben? Dann irgendwo langflutschen lassen? Ich weiß auch nicht. Ne, das lassen wir nicht. Ah! Äh... Was war... War das Conchi? Ne. Das war aber jetzt eklig. Alter, was war das? Das ist auf jeden Fall hier hingegangen. Äh... Kann ich hier rein? Okay, hier kann ich jetzt rein. Kann ich da vorher nicht rein? Ich weiß es gar nicht. Speicher ich erstmal. Und gucke mich nochmal ein bisschen um. Im Mülleimer vielleicht noch irgendwas? Ja, und im Inneren des Mülleimers ein Videotape. Oho, eine Kassette. Und die habe ich jetzt auch gekriegt. Ja, super. Noch was? Nix. Fernseher. Und ja, das Kabel steckt nicht in der Steckdose. Das sehen wir auch. Aber wir haben noch ein Kabel. Warte mal. Kabel, wo ist es? Das Verlängerungskabel. Das ist ein Videotape. Mit dem Titel 990602009. Okay. 2009 vielleicht. 60, 9. Weiß ich nicht. Sagt mir nichts die Zahl. Ich will hier auf jeden Fall erstmal das Verlängerungskabel benutzen. Und ich benutze das Kabel und stecke es in die Steckdose. So. Jetzt funktioniert das. Ich sehe kein Fernsehprogramm. Vielleicht ist es ja ein Problem mit der Antenne. Das kann natürlich sein. Aber ich habe noch ein Videotape. Das benutze ich. Okay. Mal gucken, was die 990602009 zu bedeuten hat. So. Und damit stecken wir jetzt das Videotape hier rein. Benutzen das Videotape. Und jetzt passiert was. Ich hoffe, was gut ist. Boah. Alter, wie laut. Hä? Hä? What? Was ist das denn? Bah, Alter. Was ist das? Äh. Achso, jetzt spricht hier irgendjemand. Ihr Körper hat sich... Es wurde Tag und Tag... Tag für Tag wurde der Körper schwächer. Mhm. Ähm. Ihre Psyche ist vollkommen verrückt geworden. Und sie tendiert dazu öfters mal auszurasten. Häufig auszurasten. Sie rastet häufig aus. Deshalb... Äh. Müssen wir ihr je... Müssen wir in festen Einscheidsabständen immer wieder Medikamente geben. Sie hat eine Vorliebe für dunkle Orte. Und hasst helles Licht. Starkes Licht hasst sie. Und vor allem, wer ist sie? Ich weiß nicht, wer sie ist. Und dieses Geräusch nervt mich einfach. Das macht mich verrückt. Alter, war es das? Okay. Was hat dieses Tape zu bedeuten? Warum legt es hier in den Mülleimer? Warum ist kein Verlängerungskabel hier? Warum muss ich das erst legen? Warum hat sich den Pferd nicht einfach dahingeschoben und reingemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr gruselig, dass es so ein Vieh ist. War das das Hautlose, was da eben langgelaufen ist? Was hat das mit Conchi zu tun? Ich hoffe, wir werden diese Fragen beantworten. Im Laufe dieses Let's Plays. Hier ist verschlossen, ja. Haben wir noch von dem? Wir haben ja nichts gekriegt neu, ne? Gut, jetzt sind wir wieder am Nullpunkt. Können wir hier hoch? Das ist eine Leiche. Ist die echt? Krass. Krass, das ist... Conchi. Geht's dir gut, Conchi? Das ist doch nicht Conchi, oder? Hm? Die Leiche umschließt einen Schlüssel in ihrer Hand. Damit habe ich den Lagerhausschlüssel. Nee, oder? Das ist doch nicht die Frau vom Anfang. Wo das Blut darunter gelaufen kam. Die auch den Schlüssel fürs Lagerhaus hatte, den ich jetzt auch habe. Ist das der? Ja, Soko no Kagi. Das ist der Schlüssel fürs Lagerhaus. Okay, jetzt wird's echt gruselig. Hier ist abgeschlossen. Kann ich den hier benutzen? Nee. Und was ist das hier? Kleine Holzschachtel oder sowas? Ich weiß es nicht. Vor allem, was ist das für ein Gebäude? Was war das damals mal? Hier ist dieser riesige Kluft. Okay. Kann ich nicht öffnen. Ist das das Lagerhaus hier? Nee. Kann ich nicht öffnen. Ist das das Lagerhaus? Nee. Kann ich hier runtergehen? Ja, kann ich. Okay. Dann gehen wir hier nochmal die Etagen lang. Was mache ich denn jetzt? Huch. Kann ich das gelbe T-Shirt anziehen und dann irgendwas machen mit? Nee, da sind die Sachen. Das brauche ich doch gar nicht mehr. Kann ich das nicht wegwerfen? Lagerausschlüssel. Salatöl. Kann ich den Fernseher mit Salatöl einreiben? Nee. Huch. Was ist denn das für ein Fleck? Kann ich den fotografieren? Telefonieren. Warum telefoniert sie eigentlich? Sie hat ein Mobiltelefon dabei. Ruf doch jemand an. Ruf doch Hilfe. Da war eine Leiche gerade. Ähm. Stahlrohr. Ach so. Die Wand scheint kaputtbar zu sein. Ich scheine die Wand kaputt schlagen zu können. Dann mach das mal. Boah, drei Schläge und die Wand liegt. Na, klasse. Und vor allem, was ist das hier für eine Kommode? Kann ich schieben auf jeden Fall. Ich verstehe es auch noch nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier rein. Ich würde nochmal gerne speichern, oder? Na gut, komm, weiter geht's. Nochmal. Hä? Hier ist nichts. Da ist wieder so ein Radiergummi auf dem Boden. Und da steht was geschrieben. Eins ist in der Bibliothek. Das andere im Gehirn der weißen Person. Okay. Kann mir das jetzt ein Rätsel sein? Ein, nochmal. Eins ist eins in der Bibliothek. Eins im Gehirn der weißen Person. Ich hab jetzt kein Verb dort drin. Ich weiß jetzt nicht, wie das Satz endet. Das sind die da nicht geschrieben. Muss ich wahrscheinlich erraten. Das ist auf jeden Fall was. Was ist denn das hier? Ein Hammer. Na gut. Hammer im Mann, im Haus ist doch immer ganz gut. Bin ich jetzt die Hammerfrau hier? Hier ist zugeschlossen. Kann ich hier den Schlüssel benutzen? Wie gesagt, ich muss ja immer viel probieren. Das ist ja auch ein Gerätsel und Gesuche und Gemache. Okay, hier kann ich schon mal speichern. Und ist das jetzt die Bibliothek? Eins ist in der Bibliothek. Ich berühre einfach mal alles. Aber erstmal speichere ich. Ach, ich kann auch hier hinter gehen. Klasse. Gucken wir mal alles an. Kann ich aber irgendwie nicht interagieren. Ich hoffe, ich haue euch die Tasten nicht so doll. Wenn das nachher wirklich noch gruselig wird, dann kann es sein, dass ich aus Panik, dass ich einfach die Tastatur kaputt schlage und das natürlich alles mitkriegt. Da ist ein roter Kristall, den ich jetzt eingesteckt habe. Na super, dann sprechen wir doch nochmal. Sicherheitshalber. So. Was ist hier? Eine verschlossene Tür. Und wenn man genau hinguckt, sieht man kreisrunde Vertiefungen. Und zwar zwei Stück davon. Kann ich da was mitmachen? Kann ich das Salatöl aufreiben? Ich will mal das Salatöl weg. Den Hammer. Salatöl nicht. Hier kommt ja den roten Kristall. Ach. Rote Kristall wurde in die Tür eingesetzt. Na super. Brauchen wir noch einen, ne? Warte mal. Ja, dann muss das was mit dem Schriftstück da oben zu tun haben. Wie war das nochmal? Eins war in der Bibliothek. Ja, das war doch der Kristall war in der Bibliothek. Und eins im Gehirn der weißen Person. Hä? Weiße Person. Ist das diese Lehmstatue? Die Lehmstatuette vielleicht? Gucken wir jetzt einfach mal. Ich weiß sonst nicht weiter. Kann ich hier... Nee, hier war der Dreck. Kann ich den Dreck aufsammeln noch? Warum kann ich den Dreck nicht aufsammeln? Wenn die schon Salatöl mitnehmen, dann könnte ich da auch mit Dreck mitnehmen. Na ja, komm her. Manisa, du schaffst das schon. Die weiße Person. Das hau auf den Kopf. Was? Stahlrohr. Nee, aber ich hab den Hammer. Tonkatsch. So, hau mal da mit drauf. Geht nicht. Hä? Das muss doch gehen. Stahlrohr nicht. Ach, da... Ja, ey, da muss man von der Seite hauen. Das ist ja echt schwierig. Ähm, ich hab den Kopf von der Statue kaputtgeschlagen. Von der Puppe. Und... Ach, wie dem... Wie war's dann auch anders? Da drinne war ein roter Kristall. Und den hab ich gerade aufgesammelt. Ja, super. Zweiter rote Kristall. Ich würd sagen, damit kann ich jetzt auch direkt zu der eisernen Tür vorschreiten. Ähm, ja... Ach, ich speichern nochmal. Lieber einmal mehr als zu wenig. Und es kostet ja nix, in dem Spiel zu speichern. Das ist ja immer das Gute dran. Nicht so in manchen Spielen, wo das beschränkt ist auf irgendeinem Satz. Auf dem Speichersatz. Wo ist denn... Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Hier durch, ne? Damit... Alter... Ne. Das ist doch krass. Jetzt lass mich... Nee. Nein. Oh, nein. Das hat doch schon was zu bedeuten, dass das dazugegangen ist jetzt. Kann ich hier weg? Kann ich nicht weg. Ich will da schon gar nicht mehr hin, Nils. Ja, die ist geschlossen und wir sehen noch eine Vertiefung. Und stecken dann hoffentlich jetzt diesen Kristall rein. Okay, der rote Kristall wurde in die Tür eingesteckt. Die Tür scheint sich jetzt... Alter. Alter. Alter, was? Geh weg. Ist er voll. Ist er voll. Nein, nein, hier ist ein Apfel. Was, was? Was? Lass dich durch. Lass dich durch. Okay. Wir sind tot. Ist gut, der hat uns das erste Mal das Leben geraubt. Und ja, wir können nochmal von vorne anfangen aufhören oder weiterspielen. Ich glaube, die mittlere Option, das Weiterspielen, ist die beste Option. Drückt sie. Alter. Alter Schinken. Was war das denn jetzt? Hätten sie auch nicht noch lauter machen können, den Sample von dem Vieh, wie das aus der Tür kommt. Na gut, wir wissen auf jeden Fall, etwas Hausloses verfolgt uns. Und man erschreckt sich trotz dessen, obwohl man weiß, dass da diese Kasten, dieser Kasten da umfällt. Na gut, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Und rennen. Ja, was machen wir denn? Der Kasten ist umgefallen. Wir müssen dort irgendwas dann machen. Warte mal hier. Erstmal den Kristall reinfügen. Und jetzt, ich bin vorbereitet, es kommt gleich ein lauter Horrorschrei. So. Die Tür scheint sich zu öffnen. Okay, und los. Renn, 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 renn. Schneller. Alter, wie schnell ist denn das Ding? Ich hab keinen Rock, aber rennen. Ey, halt, schmal, halt, schmal, nein, nein, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Du verschiebst. Ah. Alter, 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 alter. Du, Kackding, ey. Echt. Ich hab schon wieder keine Lust. Ich hab schon wieder keine Lust mehr. Und was mach ich jetzt? Gibt sich hier. Gibt's hier was? Hier ist doch bestimmt noch verschönlich im Schrank. Ey, ich muss sie raus. Warum geht sie jetzt? Sie geht jetzt automatisch. Ich muss das wegschieben. So. Hä, warum geht sie jetzt automatisch? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gedrückt? Irgendwie geht sie anscheinend jetzt automatisch nach links. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Nein, 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 nein. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Geh rein, geh rein, geh rein. Alter. Hau ab, du Drecksack. Alter, Glück, dass ich in diesem Kurve Schließfach gedrückt habe. Okay. Warum geht sie automatisch? Ich kann nichts machen. Sie will jetzt automatisch nach links. Ich glaube, ich muss mal speichern. So, warte mal. Ich gehe jetzt mal hier raus. Ich muss doch diesen... Ach, hier ist der Speicherpunkt. Ich muss diesen Links-Dreifon jetzt mal wegkriegen. Warte mal, ich speicher mal. Ja, und versuche, das mal auszutreiben, ganz gut. Also, bis gleich. Bis gleich.